was playstation plus mitglied bist du doch noch noch bin ich weiß was du dir umsonst runterladen kannst ja so spiele monatische spiele so einer hitman von früher das ganze alte hitman kenne ich nicht das ist richtig geil da kannst du die klamotten von denen ausziehen und sowas das ist richtig geil du bist mit einer rakete voll schnell unten wie ich sehe so ein leuchten bei dir das macht gar nichts dass nur so viel durch diese panzerung was du hast diese schutzkleidung ist es besser als wenn ich ohne schutzkleidung bin oder das ist eine kleidung alter das ist du hast gar nichts besser davon das weiß ich meine das sieht nur besser aus das hilft gar nichts ist normal ich meine ich habe nur kleidung also das macht also das bedeutet nicht dass jetzt ich es gehen habe und dass ich jetzt vorteile habe aber so ne das also gar nicht ganz genau wie du also du bist normal du aus kennst ganz kennt und ja das ist aber nur so wisse kostet dann ein so ein schönes kinder das ein gelb dann habe ich kein geld oder eins kinder mehr waffen hier erst in groß war hier auch ich bin auf linke haus das bruch aber auch verlangen bis los schießt jetzt ist sie vier haben es gibt es gibt der schild kommen hier unten hier unten genuss auf die loch und loch hennus auf loch hennus ist hier und egal wenn das hier wo das jetzt ja hier wir waren leute hier wir sind hier drin sind hier drin einer ist dort und einer ist dort dort ich habe ihn trotzdem finde ich machen will es da hier bringt ja nichts doch das spiele nicht mehr ich habe den anderen auch die beiden sind dort es ist einfach schließlich an wo kann da unten ein bisschen getötet ist eine sache nicht da oben ist ein paar ich habe scheiß waffe jetzt alter hier war gold mit trug hier drin sind hier sind hier ich habe auch auf den eingeschossen hat mich verletzt hat da ich weiß nicht wieso alter wieso hat er nicht getroffen die plattform also das ding hier sind dann ist es ist ja dann kommst du dahin wo die dings ist was machst du so eine festung bauen ja sie ich weiß dann kommt eine ganz hohe burg eine bauberspiel grad mit was schauen wir mal ich habe kein material da brauchst du auch ein grund ist das hier bäume kannst du fällen du spielst viel zu schnell wie zu schnell alter ich bin zu langsam ich hatte die bäume stimmen lieber dieses metall ja bei metall brauchst du sehr lange zeit für baume ist guck mal baume sind also die gute spielerweiser die bundes nur also holz kein anderes weil holz macht sich viel 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 schneller fertig ne baut sich schneller ja ja das weiß ich ja und darum metall kommen metall ist sehr sehr schwach im anfang aber wenn es alles zusammen ist steht gegen dagegen ich habe einen gegner gesehen ich habe einen gegner gesehen wir sind hier vorne warte ich töte ihn ich habe getötet nice ich habe einen anderen gut mein freund siehst du ich habe ich bin ein bisschen besser geworden hast du hast du blau getränk für mich näher war 1 sorry man auch hier ist ein campier sein komm hier ist ja egal komm hier bleibt hier im trink weil das geht aus das sind lager ach so von bohassen das lager wie geht denn das findest du überall wenn es das bitte brauche ich diese kugelnäger ist hier cool wie geht denn diese lagerfeuer das habe ich nicht vergessen zu fragen ja das finde ich einfach nur irgendwo und dann ist das ach so wird so lagerfeuer jetzt kann es benutzen ja also wenn du es nee also du hast du findest es und hast du hast es auf dein inventory ne und dann einfach nur rausnehmen und platzieren und benutzen weißt du was ich meine ja ja komm 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 ja ich komme ja ich komme wo bist du ich bin hier oben auf dem berg ich bin leider nicht so schnell wie du doch du spielst du krass für mich ne 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 schlüsse die kürzt und die kürze ich habe zwei hast du das hier gebaut dieses haus ja ich hab's nicht gebaut ich meine auf dem haus hier nein ach du hast ganze zeit gebaut ich hab dann die ganze zeit geschossen ich habe alle drei getötet gerade hier ich hab ja auch kürze kommt dass die das ding kommt ich habe auch noch verband okay lauf lauf so lange du kannst und wenn sie so bei 30 prozent ist ja dann heißt du wieder ja 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 wir werden es locker schaffen kein problem auch jetzt sieht es zwei stück ab ne ja komm schnell und jetzt haben wir auf kommen auf meine brücke hier ich muss die machen ich habe keine egal egal was schaffen einfach nur laufen einfach lauf auf eine brücke hier oben egal da kannst du ihn da unten gehen ich hoffe es ja hast du zum heilen ja warte 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 ja halt wir haben eine rente schnelle tut mir leid doch doch noch der das hier drin im haus ich bin draußen auf dem straßen diese gegner egal ich habe einen kill wenigstens ok also ich will rpg holen aber was soll ich machen scheiß waffe habe ich jetzt wegen dir was wir an die maschinengewehr zweck und hauptsache andere leute schuld geben ja hier ist ein 4.4 scheiße ich hab verband vergessen die zwei metern sagte ich habe gegessen ja du spielst viel zu schnell alter ist den gegner da unten und die kämpfen ja ja das spiel so wie ich die tüten da sind gut schießen schießen geschickt ja elvis was auch vor anderen zu dir scheiße ich habe beide ich habe beide er hat auch mich auch mit raketenwerfer geschossen die unten das schießt nach dem mauer noch eine mauer für alter heilig 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 schnell man immer nicht so muss man wissen du bleibst du offen ich habe goldenes kh beides scharf schützen gewähren der andere will zu haben ich habe noch diese burg solche burg bauen wir sind nicht auf dem kreis es sind noch drei stück am leben dann ist sie kein gewinn wirst du was sie gemacht haben da unten siehst du mir jetzt noch die base ok ok wirklich wir sind die wir sind hier vorne hier habe ich umgebracht du kannst mich noch heilen wenn du den umkrieg kann es mir scheinen elvis ich bin ich bin dann kämpft jetzt unter dir also umgebracht dass noch einer der sonder die elvis wir haben noch ein gegner weißt du musst ja wissen jetzt ist ein purschalter dann wir haben noch ein paar wir haben noch ein paar die 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 Ich töte ihn, ich töte ihn. Hast du ihn? Jawoll! Yeah! Hast du gesehen? Ich finde sowas gut. Alter. Ich kam heilen, Alter. Der wollte mich töten. Der wollte mich töten.